Kommt jetzt die grosse Erholungsphase im Juli, wie wir es hier erwartet haben. Sind wir aus dem vollenden Wedge herausgebrochen? Dank einem Short Squeeze oder ist es eine weitere Bulltrap? Alles in diesem Video, bleibt dran, lasst bereits einen Daumen da, es wird sehr interessant. Viele haben mich immer wieder gefragt, Jay, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Muss der Firmen-Greed-Index wirklich immer jeden Tag auf dem Radar sein? Ja Leute, es geht auch nicht über die Strasse, ohne links und rechts zu gucken, denn sonst werdet ihr von einem Laster überrollt oder keine Ahnung was, wünsche ich mir natürlich nicht. Aber es ist ein ganz normales Warnsignal, wie ihr es im Autofahren auch habt. Ihr braucht diese Signale und die müsst ihr mitnehmen, hier im Kopf, wenn es dann in die Chartanalyse geht, denn die müssen wir damit einbauen, logischerweise. Ja, aber bevor wir dazu kommen, haben wir jetzt noch einiges zu besprechen, nämlich hier das besseres Thema. In diesem Bericht steht zum Beispiel, ihr werdet alle noch auf die Welt kommen, denn es ist hier nur ein kurzer Bulltrap nach oben. Ja, bei 21600 sollte also Schluss sein. Ich kann euch beruhigen, wir haben diese bereits geknackt. Aber was in diesem Bericht steht oder etwas, was drinsteht, das ist interessant, nämlich die Onchain-Daten, die auch hier ein Krypto-Quantanalyst herausgefunden hat. Wir haben gestern, am 17. Juli, 17.500 Bitcoin auf die Börsen gekriegt. Und das ist aktuell ein gefährliches Zeichen, denn wir reden hier von einer Börse auf Binance und da fragt man sich jetzt, was passiert damit. Warten die auf einen gewissen Punkt, wird der Preis gerade künstlich nach oben gepumpt, um wieder zu verkaufen, gibt es dann wieder einen grossartigen Abverkauf. Dann wäre es eine Bulltrap, ein Fake-Out, wie wir es auch so kennen. Also wäre es auf jeden Fall etwas gefährlich. Doch zusätzlich finde ich diese These sehr interessant, nämlich Short-Quiz. Wir hatten schon oftmals darüber gesprochen, habe ich schon ein detailliertes Video darüber gemacht, könnt ihr gerne mal in der Playlist durchstürben. Irgendwo sollte es natürlich vertrittbar sein. Nun, der Short-Quiz hier wird auch von einem Analyst übrigens von Krypto-Quant erwähnt, der ganz klar hier sagt, hey, wir haben so viele Wetten, die gerade auf Short sind und gleichzeitig ist es ja irgendwann auch aufgekauft und der reale Wert ist da. Und irgendwann geht der Preis wieder nach oben, weil wir durch die Shorts natürlich einen künstlichen Nachfrageangebot-Matching machen und das gibt dann natürlich die Kraft wieder, dass der Preis nach oben geht. Und die, die im Short sind, die müssen sich wieder neu positionieren, müssen die Shorts wieder oben platzieren, um den Preis in einem gewissen Durchschnittspreis zu holen, und dass sie vielleicht noch rauskommen, wenn sie Glück haben, vielleicht verbrennt es, aber auch den einen oder anderen, der overleveraged ist. Wir wissen es, wir werden es natürlich dann sehen, aber diese These ist gar nicht mehr so schlecht, denn wir sitzen ja in der Chart-Analyse schon seit einer Weile jetzt in einer gewissen Seitwärtskonsolidierung. Wir haben einmal einen unteren Pick gesehen und da ist natürlich die Frage, ist das jetzt der Boden? Das stellen sich ja alle Analysten. Genau sagen kann es aber niemand. So, was Fakt ist, man muss sich natürlich vorbereiten. Wie wir es im Academy Club gemacht haben, sind wir natürlich stufenweise bereits schon in unsere Long-Position eingestiegen, um genau diesen Sohleneffekt abzuholen. Aber ist es wirklich der Boden? Das kann natürlich jetzt keiner sagen. Wir können natürlich runterfallen, immer noch bis auf 7000 Dollar. Ja, es klingt unrealistisch, ist es aber, denn man darf nicht vergessen, Montcox steht auch im August an und wir haben ganz andere Sachen noch, wo wir nicht wissen, welchen Effekt es hat. Denkt man an Nord Stream 2, ja, aktuelles Thema in der Politik. Werden wir ein Blackout erleben? Ja oder nein? Was wird dagegen unternommen? Da sind sehr viele Fragezeichen. Auch der Krieg sieht aktuell nicht danach aus, als wäre es ein Ende von Sicht. Und viele haben gepunkert, das wird diesen Winter. Ich glaube, das wird noch über ein Jahr dauern. Aber wir werden es aktuell sehen. Was interessant auch noch ist in diesem Bericht, es wurde der CEO oder der ehemalige CEO von BitMEX wurde gefragt, hey, Arthur, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann Bitcoin wirklich eine Million erreichen oder siehst du da eher günster? Und er hat beantwortet, ja. Ja, aber das kann dauern. Die Frage ist natürlich jetzt, was meint ihr mit dauern? Ist es ein Monat, ist es ein Jahr, ist es zehn Jahre oder hundert Jahre? Das würde mich mal ein bisschen bei euch interessieren. Denkst du, Bitcoin wird eine Million oder mehr erreichen? Ja, schreibt es in die Kommentare. Und gleichzeitig, wie lange würde es dauern? Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre? Mich würde das wirklich interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare und lasst uns da ein bisschen quatschen. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen ab in die Chartanalyse und prüfen natürlich die einzelnen Levels. Ja, Freunde, wir sind im Weekly Chart. Ja, wir waren ja schon im Falling Wedge oder wir wussten ja schon länger, dass wir ein Falling Wedge haben. Falling Wedge ist ein bullisches Pattern, das nach oben ausbricht. Wir haben auch schon länger im Blick diese Akkumulationszone hier unten. Aber da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Für einen Falling Wedge ist es natürlich eher eine untypische Geschichte. Man müsste hier natürlich die Fibonacci hier in dem Bereich hier platzieren. Dann wüssten wir auch, dass wir zuerst mal über die 24.700 kommen müssen, um aus diesem Falling Wedge mal herauszubrechen. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das aktuelle Thema ist mal, die Indikatoren zu prüfen. Und wir sehen, dass wir bei der MICD hier bereits in der kurzfristigen Form, kurz vor einem bullischen Cross stehen und das gleiche bei der langfristigen. Jetzt müssen wir aber nichtsdestotrotz weiterhin ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir uns hier und jetzt die Finger verbrennen und einfach euphorisch werden. Wir haben zwar eine RSI und die RSI hat meiner Meinung nach auch sehr gut reagiert damals, die gesagt hat, Achtung, wir können anfangen. Dieses Zeichen hier heisst jetzt nicht zwingend, dass du einfach blind long gehen kannst, sondern das zeigt eigentlich, du kannst anfangen mit der Akkumulierung deiner Position. Sei es HODL-Portfolio oder eben einen sinnvollen Trade zu eröffnen. Aber eben mit einer gewissen Strategie und einer Logik. Und genau hier, ab hier sehen wir ja auch, wie sich die MICD dann bullisch entwickelt hat oder aktuell bullisch entwickelt. Aber, und ich komme da wieder ein bisschen darauf zu, wir haben hier immer noch ein abfallendes Volumen. Nur auf die blauen Kerzen konzentriert. Und wenn es jetzt auch hier nach oben gehen könnte, müssen wir erst recht aufpassen, dass es nicht zu einer Divergenz kommt, die uns sehr schnell wieder zurück auf die Bretter haut. Also ihr jetzt Vorsicht, passend zum Vier- und Greed-Index weiterhin Angst auf dem Markt. Und diese Angst ist definitiv berechtigt. Also hier Augen aufhalten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Sollten wir jetzt definitiv nachhaltig durchbrechen, dann würde es hier so aussehen, dass wir die Chance hätten, hier zurück zu den Jay-Ribbons hochzukommen, in den Schnitt hinein. Und das Ziel war uns ja auch schon bekannt, ungefähr 36.000 Dollar. Und nein, wir sind da noch nicht im Bullenrohr, Leute. Das ist eine ganz normale Phase in einem Bärenmarkt. Also auch da gibt es höhere Times oder höhere Steps, die werden ganz normal abgeholt. Gehört dazu. So, im Vier-Stunden-Chart jetzt ganz, ganz interessant und spannend. Wichtig, ich habe das versucht, ein bisschen einzuteilen. Also fairerweise muss ich sagen, ich habe dieses Video jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, weil man am ersten Mal irgendwie den Ton halt einfach nicht wollte. Ah, falschen Button erwischt hier. So. Gut, jetzt müssen wir hier ganz, ganz vorsichtig sein, Leute. Das ist jetzt hier aktuell eine sehr, sehr interessante Phase. Als erstes sollten wir mal aus weiter Perspektive mal ein bisschen prüfen, woher kommen wir. Und wir haben hier eine gewisse Trendlinie, diese schwarze Trendlinie, die uns so einen gewissen Widerstandssektor aufzeigt. Das ist gut und wichtig für uns. Gut, dann gehen wir zurück. Wir haben jetzt aktuell auch die 22.000 Dollar Grenze erreicht, die auch sehr interessant sind für uns. Denn wenn wir zurückgehen und das eigentlich anschauen, dann wären wir eigentlich in einem bärischen Wimpel gefangen, das uns eigentlich noch tiefer nach unten bringen müsste. Aber, und das ist ja jetzt gerade das Interessante, wir haben immer noch ein unglaublich spannender Akt, denn wir haben eine Konsolidierungsphase sozusagen gehabt hier. Wir haben konsolidiert. Haben in diesem Timeframe, ihr seht die gestrichelte oder gepunktelte Linie, das wäre ein symmetrisches Dreieck ohne die Fake-Outs, die wir hatten nach unten oder oben. Und gleichzeitig haben wir also Targets. Und wir sind hier aktuell über einen sehr wichtigen Schnittpunkt gebrochen. Und den müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Dieser Schnittpunkt, den wir hier aktuell sehen, bedeutet, wir haben das Rising Wedge hier nach oben. Denn es ist immer noch die aktuelle Kerze, deshalb lassen wir es noch stehen. Denn es kann immer noch zu einem Fake-Out kommen, okay? Das lassen wir jetzt mal stehen. Wir haben aber einen Schnittpunkt hier gehabt, der extrem spannend ist. Wir haben eine Trendwende, die nach oben uns ein Dach zur Verfügung gestellt hat. Durchbrochen. Noch nicht nachhaltig, dafür fehlt noch eine weitere Kerze. Aber wir haben sie durchbrochen. Auch wenn es nur ein Fake-Out wäre. Wir haben es seit längerer Zeit geschafft, die EMA 200 zu durchbrechen. Gleichzeitig sind wir hier ungefähr am 15. Juli, haben wir einen Cross-Term-Ribbon gesehen. Also Bullish. So, jetzt haben wir zwei Bullische Zeichen. Wir haben das eine Bullische Zeichen, dass wir mit der J-Ribbon gebrochen sind und wir sind gebrochen bei der EMA 200. Wenn wir es jetzt nachhaltig schaffen, dann wird ungefähr die EMA 200 so sein und wir würden von unten nach oben mit der J-Ribbon die EMA 200 durchbrechen. Das wäre dann übrigens ein sehr interessanter Zeitpunkt, um die Longs auch wieder zu erweitern oder vergrössern, weil wir in diesem Bereich die beste Chance haben, nach oben auszubrechen. Dann wäre da wirklich tatsächlich die Frage, haben wir die Sohle erreicht und geht sie jetzt nach oben. Diese Sohle, die wir aktuell sehen, könnte kurzfristig erreicht sein. Aber die Targets, die dürft ihr jetzt wieder nicht vergessen, was wir letzte Woche behandelt und besprochen haben. Was ist mit Monkoks? Was wird passieren? Wie stark wird dieser Abverkauf sein? Was wird jetzt aktuell mit diesen 17.500 Bitcoins passieren? Ging jetzt hier aktuell einer Long oder kann es hier sein, dass er jetzt gleich verkaufen wird? Viele gehen jetzt aber Long und dann werden diese liquidiert. Das sind nämlich interessante Fragen, die hier man sich stellen muss. Und genau da muss ich jetzt sagen, Leute, wir haben hier dafür auch eine Retracement. Und diese Retracement, die Fibonacci, die gibt uns hier folgende Information. Wir sind hier aktuell in einer Zone, wo die Bullen anfangen, ihre Gewinne zu realisieren. Gleichzeitig haben wir eine Möglichkeit hier auf ein Double Top. Wir haben hier oben diesen Bereich gehabt. Also ein Double Top wäre aktuell bei 22.500 Dollar. Plus Minus war das. 22.555 Dollar hin wäre ein Double Top. Double Top wäre wieder ein bärisches Petter, würde uns also nach unten manövrieren. Gleichzeitig ist es die Akkumulationszone der Bären hier oben. Also hier oben akkumulieren die Bären für ihre Trades. Das ist aktuell die Information, die wir mitnehmen müssen, die wir brauchen können, um uns nachzuvollziehen, wo es eben hingehen kann. Wir haben mit dem Trade nach oben natürlich mehrere Möglichkeiten. Dafür sollten wir jetzt ebenfalls noch einmal die Retracement nehmen. Wir nehmen sie vom aktuellsten, untersten Punkt und ziehen sie hoch bis zum höchsten Punkt, wo wir unser Target erreichen. Und da sehen wir, dass wir in der Zeit nach oben eine starke Barriere haben, nämlich auf diesem Niveau. zwischen 22.500 und 400 haben wir einen starken Widerstand, den es dann auch bedeutet, zu durchbrechen, um nach oben zu kommen. Diese werde ich jetzt eher einschätzen als eine einfachere Basis, auch wenn hier die Bären sich neu formieren werden. Was ja auch wieder darauf spricht, dass es hier bei der EMA 300 ist. Wäre also sehr interessant, um hier strategisch für die Bären sich neu zu sammeln. Aktuell, wenn man das Volumen anschaut, ja, Volumen ist da, aber es ist immer noch, denkt daran, eher zu schwach für diesen Ausbruch. Und es sieht auch hier aus, wie gerade jemand ein Market Maker hier ein bisschen Kraft reindrückt. Ich persönlich würde euch hier empfehlen, nicht ins Blindweg in einen Long zu gehen. Long kann man gehen, wenn sich dann das gekrosst hat, die EMA 200, mit der J-Ribbon. Wenn das aber nicht passiert, und diesen Fall hatten wir schon mal, kurz bevor der 4. Dezember war und es runtergeprasselt ist, war eine ähnliche Situation da und dann gab es ein Falling ohne Ende. Also Leute, vorsichtig bleiben, clever traden. Und wenn ihr gerne traden wollt, habe ich noch eine gute Nachricht, denn ich habe heute meinen Geburtstag. Und ich habe mir überlegt, was können wir tun, um den Leuten draußen ein bisschen zu helfen. Wir haben ja schon sehr viele Coachings, aktuell schon wieder zwei Abgängen, die haben mega gut abgeschlossen und die können natürlich jetzt erfolgreich traden auf ihrer Art. Das ist natürlich das Schöne daran. Aber da wir eine grosse Inflation haben, haben wir uns etwas überlegt und gedacht, hey, wir werden vom 18. Juli ab meinem Geburtstag, also ab heute, bis zum 31. Oktober euch eine kleine Überraschung bieten, nämlich werden wir die Coachingpreise mit einem Rabatt versehen der Inflationsrate. Aktuell ist die Inflation ungefähr bei 9,1% in Deutschland, somit habt ihr 9% Rabatt vom 18. Juli bis 31. Oktober. Kann natürlich sein, dass im August die Inflation plötzlich nur noch 6% ist oder sogar 20%. Dann profitiert ihr am Endeffekt natürlich von diesem Rabatt. Zusätzlich hast du natürlich bis zum Academy Club noch mal 5%, bist du bei mir, war für YouTube eine Wahl, noch mal 5% und dann noch 3%, wenn du alles vorausbezahlst. Also all in hast du irgendwie um die 22% Rabatte, die du jetzt aktuell haben kannst auf das komplette Coaching. Also ich würde sagen, bessere Preise findest du nirgends. Und ich glaube, wenn man die Restaurants anschaut von unseren Leuten, die das Coaching absolviert haben, würde ich sogar behaupten, dass wir einer der Besten sind. So, das war es von meiner Seite. Bleibe gesund, hebe zorg und bis zum nächsten Video. Tschüss, Tamme. Tschüss, Tamme. Tschüss, Tamme. Untertitelung des ZDF, 2020